Hallo Leute, willkommen zurück zu der nächsten Folge Stalker Chairs of Chernobyl. In der letzten Folge waren wir noch im Armeelager und sind zurück zur Bar gegangen. Wir haben soweit Aufträge abgegeben und haben uns fertig gemacht, um nach Norden zu gehen. Richtung Rotabald und Pripyat. Mir wurde jetzt noch geschrieben, beziehungsweise ich habe nach einem Tipp gefragt, wegen einem Bulldog 6 Granatwerfer noch. Wenn jemand halt noch weiß, ob es ein Zweiter ist. Auf jeden Fall hat sich jemand gemeldet. Es gibt noch einen Zweiten, allerdings nicht in dem Lager. Das heißt, ich konnte ihn auch gar nicht finden. Die gibt es wohl hier in dem Blutsaugerdorf. Aber wo genau, er hat es da, oder nachher hat er es nochmal bearbeitet und hat es dabei geschrieben. Beziehungsweise ein Bild gepostet, damit man die genaue Position sieht. Ich habe mir aber das Bild halt extra nicht angeguckt. Damit ich trotzdem selber noch ein Stück weit suchen muss. Und keine Angst, ja, der hat mich vorgewarnt. Gut, wir sch... Oh, 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 oh. Fuck. Wir sind hier Sniper. Okay. Auch okay. Da unten läuft irgendwo. Läuft da noch jemand wohl? Da. Gut. Ich schau mal kurz auf den PDA. Okay. An das Gebiet hier kann ich mich kaum noch erinnern. Okay, also hier unten können wir auf jeden Fall erstmal alles absuchen. Bevor wir weitergehen. Irgendwo ist da noch jemand. Hat uns noch jemand gesehen. Die Frage ist nur von wo. Ja, ich höre ja deine Schüsse, aber... Von wo der... Da. Irgendwo da hängt er. Das geht jetzt so nix. Scheinbar sind das sogar zwei, oder? Der scheint tot zu sein. Wir sind nochmal... Ja, das Visier ist einfach irgendwie... Wenn es hell ist, ist es okay. Aber wenn es auf eine Dunkelstelle zielt, ist das einfach zu... Ja. Zu verschmutzt. Das ist das hier schon tausendmal besser. Gut. Das scheint es, obwohl ich den einen, glaube ich, nicht ganz erwischt habe. Scheint es erstmal gewesen zu sein. Wir haben erstmal Ruhe. Dann schauen wir erstmal hier rein. Bevor wir hochklettern. Artefakt ist immer schön. Und dann gehen wir mal hier hoch. Na? Schön viel Strahlung. Okay, Munition nehmen wir mit. Das Essen nehmen wir kurz mit. Den Anzug. Gut, und jetzt wieder runter. Und, äh... Wo ist es? Da. Zack, die hinterher. Joa, Wächterschutzanzuge. Gut, solange wir noch Platz haben, nehmen wir es noch mit. Oh, ich hocke noch. Gehe ich mal hier rüber. Und hole mir schon mal den Stash. Soll ich hier vielleicht die Shotgun rein... Na. Die Shotgun reinnehmen. Ich weiß nie, was hier hinter der Ecke lauert. Ich dachte gerade eben... Oh, guck mal. Hier bei den Steinen... Das sind ja Steine, die kann ich ja abbauen. Weil irgendwie rust... Aber nein, irgendwas sieht uns. Nein, 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 nein. Das ist doch nicht etwa... Ja, das war ein bisschen viel weggeballert. Oh, mein fucking Gott. Ja, toll. Dafür bin ich jetzt hier. Boah, du scheiß Töter. Boah, du auch. Fick dich. Also, was ist los mit dem? Holy fuck. Ich looge mal auch schnell und dann verpisse ich mich. Denn irgendwie ist der Köter, der ist nicht normal. Holy fuck, was ist mit dem? Irgendwas sieht uns aber immer noch. Jetzt kannst du es doch eigentlich nicht mehr sehen. Neue Anzeige spackt gerade ein bisschen rum. Das kann natürlich auch sein. Geh jetzt mal zur Straße. Ich dachte gerade... Da oben bewegt sich was. Es war aber... Nur ein Busch. Oh Gott. So, erstmal Quick-Safe machen und die Uhr anstellen. Ich habe ganz vergessen, die Uhr anzustellen. Oh, ja, die Uhr anzustellen. Die Uhr zu stellen. Ah, mein Gott. Hier muss man was mitmachen. Na, die liegen ineinander. Auch immer schön. Neu-Grenate nehmen wir mit. Shotgun-Money nehmen wir auch mit. Ich sollte gleich auch mal was herausholen. Wieder. Ah, das nehme ich auch mit. Ja, ich weiß, ich bin auch schon verstrahlt. Aber es ist jetzt gerade nicht viel. Von daher weiß ich nicht, ob sich... Ach, komm, wir trinken Wodka. Das passt. Einer ist auf jeden Fall noch irgendwo hier in der Nähe. Aber wo? Hab ich ihn jetzt hier hinten schon ge... Ja, den habe ich doch 100% schon gelootet. Aber wo ist ja noch jemand? Gut, ich sollte mal die andere Waffe reinnehmen. Na, wenn er nicht rauskommen will. Kriegt er halt so Besuch. Ja, genau. Ich habe irgendwie... Irgendwie wollte er gerade nicht zoomen. Also, nicht scopen. Ich war auch ein bisschen geflasht, dass er auf einmal hinter einem anderen Felsen war. Ich weiß nicht, ob ich mich da einfach nur geirrt habe vorhin oder... Ob der kurz den Helden... Ach, den Felsen gewechselt hat. Ich labere hier heute schon wieder an Müll zusammen. Okay. Die haben alle irgendwie so komischen Namen, ne? Wittker Simulant. Ilja Gesetz. Roma Riese. Nikita Flieger. Beste Namen, er war... Schlöter, ne? Oh, ne, 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 ne. Ne, so fange ich besser... Oder, ja gesagt. So will ich gar nicht anfingen. Anfangen. Das war übrigens gerade der Herr Sieb. Das ist die Frage, wo hängt der jetzt? Sehen wir noch dahinter. Scheint mir so. Die haben es gerade eben kurz gesehen. Scheinbar. Da ist er, ja. What? Will er mich verarschen? Also, da war ich ja gerade echt... Wirklich in One-Hit. Okay. Gut. So, nochmal. Ich habe eben schon überlegt, einen Quicksafe nach dem Looten zu machen. Ich glaube, ich mache das mal. So. Ja, ihn hier drüben noch, aber... Ja, das ist ja... Eine Granate. Okay. Probieren wir es mal anders. Das war ein bisschen offen, die Dach. So. Gut, das ging noch. Aber jetzt direkt mal ein Quicksafe, weil ihr keinen Bock, den nochmal zu machen. Oh, war da ein At... Nee. Da war, glaube ich, kein... Nee, es war nur ein... Ein Pixel von der Animation. So, wir gehen noch nicht weiter. So, wir... So, wir haben uns so... Ja, als wenn hier dauernd eine Straßenblockade ist. Ja, da ist eine Auslandung. Malin, gibt noch einen Laderuckler und wir haben zwei Leute auf dem Ding. Na, komm ich da wohl durch? Ich probier's mal. Ja, so gerade. Hier stehen doch bestimmt wieder dahinter welche. Na, wo kommst du her? Da kommt er. Oh. Okay. Die Typen sind echt nicht zu unterschätzen. Die Pennei. Gut. Wo war ich? Hier war ich. Wir gehen da oben. Loote ich jetzt mal. Doch, den loote ich doch. Der hatte ja die Scharfschützen-Muni. So, aber ganz schnell nur. Und hier dann Quick-Safe. Also entschuldige ich auch, wenn es Laderuckler gibt, das sowieso. Aber auch wenn ich hier ein bisschen öfter Quick-Safe mach, weil... Ich hab einfach keine Lust, die Stellen hier teilweise zehnmal zu zocken. Ne, oben haben... Gut. Da hat sich was bewegt. Na, komm doch raus. Er hat dieselbe Idee mit der Granate. Wo sind sie jetzt hin? Ja, geil. Schöne Rückladung dabei gehabt. Ja, wo kommt er jetzt raus? Wo kommst du raus, du Penner? Doch, ne Pro wieder an die andere Seite... Nein! Ich dachte, er kommt nur ne Pro wieder an der einen Seite raus. Natürlich kommt er in dem Moment an der anderen raus. Das ist normal. Okay. Ich hab schon wieder einer auf der Map. Ich hab schon wieder einer auf der Map. Ich hab schon wieder einer auf der Map. Oh Gott, hier müssen wir leben. Oh Gott, schon wieder zwei, Leute. Übrigens, ich hab mich jetzt, äh, mal so nebenbei nicht entschieden dafür, hier mich... Ja, mich hier überall ein bisschen umzugucken, da einfach dieser Kackhöter da kam. Nur mal so nebenbei. Da steht einer. Oh... Stehen ja auch an jeder Ecke, oder? Okay, das ist ein Sniper da drüben. Das heißt, einmal... Schnell durchrennen. Okay. Falsche Ecke scheinbar. Ich glaub, jetzt müssen wir die einen Stelle auch nochmal machen, oder? Oh Gott. Er ist doch ein... Ne, hier hab ich nochmal gespeichert. Gut, das heißt, da hinten hängt jemand irgendwo, aber... Den treff ich wahrscheinlich von hier aus jetzt gerade nicht. So, mal schauen. Ich stört's auch nicht, wenn er getroffen wird. Außer man trifft ihn wirklich. Wie lebt er? Ne, er zappelt so nur noch. Jetzt guckt der andere natürlich raus in dem Moment, wo ich rübergucke. So. Einen haben wir. Ja, werf ruhig da vorne eine Granate hin. Das stört's mich eher nicht. Gott, ey. Was machen die hier für ein Damage? So, ich mach nochmal einen Quick Save. Gut. Okay. Ich renne mal rüber. Okay, ich kann ja mehr am Radar. Das heißt, hier ist auch erstmal... ...on Ghoul. Der Oleg Ghoul. Schaut mal an. Hier ist auch erstmal nicht direkt wieder jemand. Aber der Sniper ist wahrscheinlich immer noch da hinten. Okay, Quick Save. Mal schauen. Wo war der? Irgendwo in einem... ...Turm. Eigentlich. ...Wenn ich mich nicht täusche. Ja, da hinten in dem Turmbarer. So, da ist er. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall immer mal kurz gesehen. Er ist definitiv noch da. Munition holen. Okay. Nein, 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 nein. Gott. Hä? Achso. Okay. Ja, wir machen mal das jetzt. Ich würde sagen, einfach erstmal reinrennen. Aber ich versuche nicht getroffen zu werden. Okay. Okay, Sniper, vorne hängt noch einer, äh, noch irgendwo einer, der eine Granate wirft. Und, ja, geil. Das ist geil. So steh ich mir das doch immer vor. Hab ich ihn jetzt schon gelootet, oder? Ja, okay. Also, auf geht's. So, hier vorne ist irgendwo jemand da. Der Sniper scheint tot zu sein jetzt. Nee. Uiihihi. Na, schau mal einer an, was da liegt. Nee, jetzt haben wir Hunger, ist klar. Äh, wo ist es da? Damit hätte man Sniper auch super erledigen können, wahrscheinlich. Aber. Wo ist er? Wir erledigen ihn damit. So, ja, eigentlich haben wir eigentlich noch genug Gewicht. Dann behalten wir ihn erstmal noch. Der bringt ja immerhin, wie viel, 10.000? Das geht. Und, ja. Click-Safe rein. Dann looten und wieder weiter. Ach, ich glaube, ich glaube, den hier vorne konnte ich doch auch noch looten, oder? Der hier liegt. Äh, Gena-Transporter, ja. Definitiv. Definitiv ein Transporter. Wie ist er hier eigentlich? Ach, Schurik-Boss. Wir haben den Boss erledigt von ihm. Gut, so wissen wir auch nicht. War es auch wirklich der Boss. So, ihn noch looten. Nee, Pirat hat nichts dabei. Oh, und den Sniper holen. So, ja. Da ist nichts drin. Ja, gar keine Munition mehr drin. Dann weg mit dir. Ja, mit runter nehmen wir sie. Okay, 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 okay. Mal schauen. Ach, was mir noch einfällt. Nochmal eine Frage generell an euch zur Qualität. Ob ihr da jetzt einen Unterschied gemerkt habt. Also, ich merke keinen großartigen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr merkt auch keinen großen Unterschied zu vorher von der Bildqualität. Jetzt besonders bei Bewegung. Dann würde ich es wieder runterstellen. Denn ich brauche jetzt aktuell zum Hochladen einer Folge etwa 50% länger. Hier oben gibt es einen Stash. Dann gehen wir mal da hoch. Und das, ja, das lohnt sich ja dann nicht, wenn die Qualität nicht wirklich besser ist. Brille 5M-Kampfanganzug. Noch haben wir genug Platz. Also. Oh nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob ich da hochgehen soll. Ich traue der Gegend hier generell nicht. Na, komm. Da scheint es eine Anomalie zu geben. Oder? Ja, da ist einer. Gut. Ich glaube, da steht einer hinter dem Truck. Da sind welche. Laufen wir schnell hinter dem Truck. Bisschen Deckung holen. Gut. Und vielleicht einer? Ich sehe gerade keinen. Aber kann natürlich sein, dass trotzdem jemand da ist. Ich glaube nicht. Schauen mal. Einer ist scheinbar noch irgendwo. Gut. Erstmal looten. Oh, der. Ja. Ja, die haben hier echt komischen Namen. Die Kita. Bootsmann. Und so weiter und so fort. Also. Ich lese jetzt nicht alle vor. Das war jetzt, wenn ja, gerechter. Ich lese jetzt immer noch drei. Okay. Ich dachte, das wären jetzt gerade alle gewesen. Zwei nur noch. Oh. Guter Hit. Der ist aber tot. Aber einer springt hier noch rum. Die Frage ist jetzt gerade, wo? Hier drinnen scheint es. Nein. Wo ist der? So. Ich muss mir die Kids auf jeden Fall mitnehmen. Die brauchen wir. Ich überlege, wo der sein könnte. Aber ja. Wahrscheinlich davon ein Teil der Ecke. Das wüsste ich gerade nichts. Außer, ja, vielleicht oben noch auf dem Turm. Wer war es? Oh, Tullik Schlagstock. Ja. Triforce. Zelda. Ne. Wahrscheinlich eher. Obwohl. Gut. Ja, unser Zustand ist besser. Wer war es? Boah, ja, Doc. Okay. Zeitplan. Gehack, Zeitplan. Ach nee, das ist das Test. Joa. Joa. Ist in Ordnung. Ist, ist, ist okay. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Und, wir sind überladen. Wir sind überladen. Gut, dann kommst du weg. Und wir trinken Energy. Und gehen weiter. Ja, in Richtung der, oh Gott, wie heißt denn jetzt nochmal? Ja, des Hirnschmelzers. Beziehungsweise zum Steuerungbunker des Hirnschmelzers. Zeugs des Anführers von ehemaliger Fraktion. Hier soll der Anführer einer ehemaligen Fraktion abgekratzt sein. Und er soll jede Menge gutes Zeug dabei gehabt haben. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Ein, äh, Antenne reichen. Okay. Da oben ging es nach Pripyat, glaube ich, ne? Nach Pripyat, ja. Gut. Der rote Wald hier ist echt anders, als ich ihn in Erinnerung habe. Aber ich glaube, den roten Wald hatte ich auch schon mal in, äh, in Clear Sky gesehen. Und da war er halt auch anders. Ich weiß jetzt nicht, an welchen ich jetzt gedacht habe. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe ja Clear Sky auch nie durchgezockt. Bisher, hier Penner. Da ist einfach auf... Oh, Strahlung. Hier ist einfach alles verstrahlt, überall. Was ist der denn? Ich sehe hier aber auch nichts, ne? Schon fast tot. Ich glaube, wir müssen eine leicht andere Taktik machen. Oder, ja, leicht anderen Versuch starten. Na komm. Okay, wir sind ja noch hier, äh, ich gehe mal weiter zurück. Und trinkt mal einen Schluck Vodka. Ja, gut, das passt. So, jetzt gauten wir erstmal ein bisschen. Beziehungsweise. Wer fällt gerade ein? Wir haben ja noch... Oh, Falsch-Taste. Nein, 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 nein. Okay, na ja. Was denn? Da ist es. Da ist jemand. So. Ja, jetzt ist natürlich der Wodkas-Problem. Gut. Der sollte weg sein. Da ist einer. Der uns auch schon gesehen hat. Jetzt kommen die ersten noch raus. Nein! Waffe klemmt. Das Moment dachte ich gerade, weil es jetzt los ist. Keine Munition mehr, aber... Die Waffen können ja auch klemmen hier. Da hat sich noch was bewegt. Gut. Ja, es könnte jetzt sein, dass ich hier sehr oft speichere, das einfach... Also hier merkt man, dass es Meister ist. Hier ist es gar nicht mal so leicht. Aber ich will jetzt auch ungerne... So spielt noch irgendwie wieder... Das wieder runterstellen. Leck mich, du Penner. Das sind nicht gerade die geselligsten, wie man merkt, weil sie haben uns erstmal schon direkt... angegriffen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch daherkommt, weil wir... Wächter sind, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war generell so, dass die einen angreifen, sobald sie einen sehen. Die wollen halt nur sich selber. Und das war's. Ich sollte nicht so... Unvorsichtig hierher rennen. Wow. Okay. Das kann ich auch. Ich wollte hier auch einfach nicht so viel Munition für, deswegen bin ich da ein bisschen... ... sparsamer mit. Versuche es zumindest. Ja, der Rest lässt sich auch nicht blicken, ne? Da ist niemand drauf. Ja, 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 ja. Haben wir jetzt noch Granaten, oder? Ja, wir haben noch zwölf in den anderen. Sehr gut. Ich hab's ganz kurz jemand gesehen. Beziehungsweise entdeckt, ich will hier uns... Ach Gott. Ich probier's und... Oh. Sollte vielleicht erst mal aufhörens kriechen. Oh Gott. Viel zu viel da grad. Oh Gott. Viel zu viel da grad. Oh Gott. Sterb doch. Das waren, glaube ich, alle. Ja, scheint mir so. Gut, wir haben mich so mitnehmen. Mal ein Schluck Wodka saufen. Auch wenn's grad vielleicht nicht so gut ist, Wodka zu trinken, aber... Naja, was soll's noch? Okay... Okay... Demil... Ja, ich glaube, ich hab's auch schon anfangs mal erwähnt. Ich werde Clear Sky übrigens nicht auf Meisterspielen. Aus dem ganz einfachen Grund, da ich's halt nur nie gespielt hab. Oder nie durchgezockt hab. Gespielt schon, aber durchgezockt. Nein. Ich glaub, das war jetzt sogar schon ein bisschen viel Wodka. Guck mal, wie ich am Wackeln bin hier, das ist der... Der Wahnsinn. Okay, na warte mal, da könnten wir... Ich mach mal Quick Save. Schau, ob wir ihn da oben noch looten können. Ja, von der anderen Seite kommen wir da hoch, oder was? Ja. Und auf die andere Seite kommen wir wie hier drüber durch. Okay, gut, dann geht's. Sonst hätte ich gesagt, loote ich nicht, wenn ich da jetzt erst irgendwie ziemlich weit außen rumlaufen müsste. Nein, nein, nein. Na, na. Zum Glück noch keinen... ...Fallschaden bekommen. Na, jetzt. Jetzt will es mich aber ein bisschen verarschen. So. Ja, immerhin drei Schuss. Vielleicht ist in der Waffe noch was drin. Nein. Okay. Okay. Gut. Ich würde sagen, den hier schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Der Forscher. ...Meteran, Ökologe, Freund. Hier sind auch noch Forscher. Hier noch. Aber ich glaube, ihr wisst, welches Gebiet das hier ist, ne? Hund und so. Na gut, ich mach hier erstmal Schluss für diese... ...Folge. Und... ...Wie immer... ...Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Stalker Shadows of Chernobyl. Und bis zum nächsten Mal bei Stalker Shadows.